Willkommen zurück bei Observer. Wir sind immer noch beim Hausmeister im Büro und ja, ich nehme jetzt aber weiter auf. Es sind letztes Mal nur zwei Folgen geworden, weil ich gedacht habe, ich mache die Folgen doch mal länger, einfach mal ausprobieren, wie das ist. Und ja, jetzt muss ich weiter aufnehmen, weil ich sonst keine Folgen mehr habe und ich möchte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe die Lautstärke vom Spiel noch mal ein bisschen höher gestellt, weil die Gespräche doch sehr leise waren. Ich hoffe, das ist jetzt besser und wir gucken einfach mal. Ich war beim Hausmeister, habe ein bisschen mit ihm gequatscht, den sogar ein bisschen so kennengelernt und müssen jetzt mal weiter gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles war. Wir konnten Rennensprinten, wir konnten irgendwas mit E und Q machen. Genau, das waren ja diese ganz coolen Features, die wir hatten. Und unsere, ähm, nicht Aufgabe, aber wir wollten ja in... Na? Hä? Ach, die Tür ist zugefallen, okay. Wir hatten ja einen PC gelesen und zwar war das hier in dem Zimmer. Oh, ein Modellflugzeug, schön. Genau, und er hat ja auch erzählt, dass er im Krieg irgendwie war und, ach, was weiß ich. Genau, wir hatten ja herausgefunden, wer... oder wir hatten nicht ganz herausgefunden, wer H.N. war, aber wir hatten herausgefunden, dass es da anscheinend zwei Damen gab. Haben wir das noch im Protokoll stehen? Ähm, genau. Genau, es gibt zwei weibliche Mieter mit den Initialen Ha... äh, eine von ihnen, Hannah... Was? Was? Hannah Nader lebt in 106 und die Helena Novak lebt in 104. Also wir müssen mal in den zweiten Stock wahrscheinlich rauf. Kann ich mir vorstellen oder so? Wir gucken uns mal um, weil die hat der... von der haben wir ja irgendwie einen Anruf bekommen. Ähm... Die Frage ist doch mal da, oder können wir da hinten noch einmal rumgehen? Das weiß ich jetzt nicht. Wir gehen nochmal... wir versuchen mal da hinten nochmal rumzugehen. Ähm, genau. Wir hatten ja, als wir in Adams Wohnung kamen, einen Anruf bekommen von einer Frau. So, da haben wir irgendwie Initialen ausfindig gemacht und so und die brauchte eben Hilfe. Wir können nochmal klingeln, aber da geht ja keiner ran. Äh, da ist die Maus. Ja, beim letzten Mal auch schon so, oder? Naja, das muss gehen. Da wohnen auch Leute. Genau, die haben ja schon immer alles gemacht. Jetzt müssen wir ja hoch. Die Frage ist, wie geht's hier hoch? Das ist kein Treppenhaus hier, sondern... Und hier sind überall diese Tauben. Okay, ich muss mal kurz mit der Maus was machen. Ähm... Oh, nee, nicht die Tastaturbeleidung. Äh, bl-bl-bl. So, das ist schon besser. Ähm... Ähm... Wie kommen wir denn... Warte mal, wie kommen wir denn da rauf? Das muss doch irgendwo... Wir sind hier. Wir sind jetzt da vorne rum. Da sind... Sind das Treppen? Janitor... Okay, das heißt, wir müssen doch nochmal zurück zum Hausmeister gehen. Und dann, äh... Die... Diesen Gang runter. Oh! Da müsste es dann zu Treppen gehen. Jawoll. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh, ein Keller. Okay. Ähm... Why not? Keller sind immer eine feine Sache. B-Floor. Irgendwie zieht es gerade... Was? Ähm... Okay. Haben wir eigentlich eine Waffe oder so, so als Polizist? Okay, jetzt mal ein anderer Aufgang. Diese Geräusche sind... Eine Rose. Eine echte Rose vor allen Dingen. Okay. Ähm... B-B-B-B-B-B-B-B-B... Ich bin schon still. Okay, wir gehen rauf. Keller ist doof. Sehe ich einen? Okay, und dann gehen wir mal nach oben. Wir wollen ja zu... den beiden Damen. Genau. 104 und 106. 105 bis 114. Wir gehen erst mal da hin. wieder ein Scheißhaus. Hey! Yo! I can hear you out there! Hör me please! Was? Vorname Joanna nach Nama Madura. Weiblich. Arbeitslos. Klasse C. Klassifiziert. Äh... Okay. Ich glaube, der ist 30. Okay. 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 Gut, Spiegel ist abgehängt. Urgh. Okay, da hat gerade irgendeinem nach Hilfe geschrien. Kam es von da oben? Hm. Werden wir schon noch rausfinden. Hier ist 101. 1? Was ist das denn? Du hast ein Auge. Ach. Heute? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Heute, was war denn heute? Was ist so speziell über den Tag? Ich war bereit, eine medische Prozedur zu übernehmen. Es ist eine private Sache. Ich würde lieber nicht über das reden. Okay. Die Angelegenheiten zu erzeugen. Hörbar zu spüren. Angst. Nicht zu schüren. Zuhör. Hmm. Was noch? Der Schmuck. Es scheint... ...zirrennend. Ich erinnere mich von meiner Kindheit. Ihr Kind? Ja. Meine Familie lebt in der Stadt, mit allen kulturen von Kreaturen. Wenn es regnet würde, der Schmuck wäre ähnlich. Hm. Es hat was gehört. Vielleicht selber es wieder unten gehört. Im Keller war es irgendwie sowas. Es hat so wie so ein... Ja... Monsterwesen. Es hat nicht menschlich geklungen. Kassandra, du bist es wert. Eine neue revolutionäre... Wä? Ich wollte das gerade lesen. Ah, keine Sorge. Deine Daten sind in guten Händen. Die... Was? Die Permasynchronisierung sichert jedes Nanobyte deiner Daten auf einem externen Laufwerk und scannt es auf Viren und Sub... Ach, er legt's mich doch am Arsch. Okay. Also die Atmosphäre ist sehr geil. Erato, einwandfreie Tonaufzeichnungsqualität selbst unter den schwersten Bedingungen. Oh, vielleicht was für uns. Wir rufen mal an. So wahrscheinlich keiner darf. Nein. Nein. Well, you... You might be giving the authorities too much credit. Officer, please. It's highly demoralizing to hear that kind of talk from a man of the law. Now, is there anything else I can help you with? Jetzt haben wir ihn beunruhigt. Weiß nicht, ob das gut war. Geräusche, die Frau. Was für Geräusche? Weil Geräusche hat ja er auch gehört. Schwierige Nachbarn, die Frau. Did you see where she went? Well, no. I didn't actually see her. I could smell her, you see. Smell her? They'll tell me you can't. That cheap crap she pours over herself, the entire hallway reeks of it. She probably thinks it makes her seem ladylike. Merci. The guy that... Thanks for your help. I could hear her panting too. Moaning like the whore she is. You did, huh? Yeah. Biggest fucking cocktease you've ever seen. Always toying with me. Bending over when reaching for the lock. All naked underneath her clothes. She knows I'm watching too. She likes to make me itch. Cooped up with that junky meathead. I mean, what does he have that I don't? They're all like that, you know? Fucking mongoloid bitch. I hope she gets what she fucking deserves. So that she knows she's fucked up. She'll have no choice but to come to me. Banking. But it'll be too late. You hear me? Too late. Oh. Oh. Das reicht. Fresse halten. Okay, wir bleiben mal cool. Okay, I get the picture. Thanks for your... input. Oh, I... Yes. Certainly officer. Okay, dann hatte ich jetzt ganz schön in Rage geredet. Der Kerl hatte ja scheinbar also was gegen die... Mieterin, die Dame aus... Apartment 104. Die ja immer nackt unter der Kleidung war, wo ich mich denke, okay, nackt bin ich auch unter meiner Kleidung, aber wahrscheinlich halt sehr freizügig bekleidet und offensichtlich... Also sichtbar nackt unter der Kleidung und vielleicht auch gern mit den Reizen der Männer gespielt hat. Und er ist damit halt dann... Weiß ich nicht. Hat sie dann irgendwie Kontakte zu Adam oder sonstiges oder... Ich weiß es ja nicht. Jetzt können wir erstmal hier 103 gucken. Mhm. Okay, also dann doch nicht. Ähm. Ich dachte erst irgendwie, sie hat vielleicht was mit Adam zu tun, aber dann ist sie vielleicht Dann kam vielleicht nur der Hilferuf zu uns doch irgendwie mit so einem Signal oder so. Ähm, häusliche Gewalt, die Frau, der Mann. Der ist komisch, der Typ. Ich trau dem grad nicht so ganz. Irgendwie ist der so, hm, ich weiß nicht. Was ist die Frau? Oh, sie, sie ist eine Trooper. Sie arbeitet mit double-schiffen in Chiron um zu unterstützen den Ex-Kon-Füren. Any idea of what sie might be doing for them? Can't be too important, oder sie würden nicht leben in dieser Schüttel. Explains die Look auf ihr Gesicht, doch. Was heißt das? Warnut, fidgeting. ... in den Schatten. Arbeit für die Korporation hat diesen Effekt. Ich denke... Was anderes aus der Ordnung? Was überhaupt? Well, außerhalb von einem Arschluss, die Tiere in die Gebäude bringen, würde ich sagen, das ist es. Tiere? Ja, ich könnte... Ich könnte sagen, ich hörte etwas in der Halle. Ich habe den Janitor informiert, aber... er verliert die Plot in der Mitte durch die Gespräche. Danke. Es war sehr hilfreich. Das ist neu. Ähm... Medizinische Versorgung oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, jetzt die Frage... Er hat gesagt, sie ist eine ganz nette und eine ganz hart arm arbeiten und so. Der Kerl ist so ein bisschen Drogenjunkie. Er hat ja auch was von Junkie gesagt. Aber er... Ich weiß es nicht. Muss ja nicht sein, dass es eine Hure oder so eine Bitch ist. Einfach, äh... Gut, wenn natürlich Männer abgewiesen werden, oder generell, wenn Leute abgewiesen werden, neigen sie ja dazu, dass, äh... Ja, über diese Person, von der sie abgewiesen wurden, schlecht herziehen. Und... Ich weiß nicht. Ihm habe ich zwar so vom Ding her gerade nicht so ganz getraut. Also... Er hat irgendwas zu verbergen. Also meine ich zumindest. Irgendwas... Also der ist nicht sauber, der Typ. Ähm... Aber ich glaube zumindest, dass er jetzt in Bezug auf die Frauen so die Wahrheit gesagt hat, zumindest. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er... Ich könnte mir gut vorstellen, dass er irgendwie was mit den Drogen hat. Weil er am Anfang so gemeint hat, äh... Ja, also von mir, äh... Also mit mir kann das nichts zu tun haben, so. Ich weiß nicht, was sie da von mir wollen wegen der Abregelung. Hm. Na gut, gucken wir mal weiter. 104 wird es aber wahrscheinlich sein. Die Frage ist, sollen wir dann jetzt mal zu 104 gucken? Oder erst mal in die anderen Apartments noch rüber? Bei 106 wird es ja dann nicht gewesen, ey. Dann kam der Hilferuf wahrscheinlich wirklich von Apartment 104. Und dann guck mal hier mal. Und hier sind überall so Löcher... Es sind überall so Löcher in der Wand immer. Warum? Abriegelung, was Verdächtiges gesehen. Wir fragen jetzt mal nach dem Verdächtigen. Grace... Guck... Oder ist alles Sechs. Okay, sie ist verheiratet. Der Anruf ist alles in Ordnung. Ähm, der Anruf. Ist alles in Ordnung? Die wirkt komisch. Und sie nicht? Warum nicht? Kein Kompass. Okay, dann ist sie wahrscheinlich so ein bisschen anti-Cyron und alles und haltet sich da so weitgehend raus. Ja. Hm. Oh. Okay. Interessant. Hat man auch nicht. Oft sind wir gleich an sowas denken. Ja, die ist voll zickig gerade. Ich meine, auch wenn man schlechtes Tuch gemacht hat. Ah, Mann. Ah. Du bist nicht die einzige, die jemanden verloren hat. Die Phage. Gott weiß, dass ich keine Liebe für Kyron habe. Aber sie sind ein einfaches Target. Ist das, wenn du mir sagst, wie wir alle zu schulden? Das ist nicht was ich... Dass wir es auf uns selbst gebracht haben. Ma'am? Dass wir die Phage deserve? Dass wir die Phage deserve? Dass wir unsere Lieblings sterben? Nichts? Nichts? Wir kamen auf die Möglichkeit zu medle mit unseren Böden, aber wir haben uns nicht gefragt, was der Preis wäre. Sehr inspirierend, Officer. Und sehr hypocritisch. Spare mir die Lekture. Ich werde nicht bejuden von einem corporate-Gun. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Was? Was ist eine Zicke, Alter? Also echt mal... Boah, die Alte! Das gibt's ja gar nicht. Wie zickig kann man sein? Ich meine, ja, sie hat jemanden verloren, aber dann kommt man und fragt und... Es sind immer diese Leute, die so mega... Boah! Hallo? Ist jemand da drin? Ja. Ich bin Mr. KPD. Ich muss dir einige Fragen stellen. Oh! Und wer ist dein Freund? Freund? Das ist nur ich, Frau. Oh! Ich muss jetzt gehen. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Unser Freund? Sieht die Geister? Okay. Ähm... Da würde ich jetzt versuchen reinzukommen. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Also ich als Polizist wäre da jetzt alarmiert, wenn die auf einmal so... Äh! Okay. Also hier oben sind schon viele Leute unterwegs. Das ist ja krass, aber... Die Zicke, ne? Die alte, die... Die geht mir grad nicht mehr aus dem Kopf. Die war ja scheiße nervig. Und kacken unhöflich. So richtig überheblich, als ob wir jetzt ein schlechter Mensch wären, nur weil wir halt vom KPD sind. Okay. Wir gucken uns jetzt hier nochmal kurz um, bevor wir da zu dieser Helena... No... Wack... Blah... Reingucken. Irr. Was ist das denn? Okay. Ich mein, ja, irgendwo hat er ja... Was heißt recht? Aber wir geben... Die Leute haben sich ja schon Mühe gegeben, dass sie halt in sonstigen Verhältnissen leben und schön schmutzig und so. Also, wenn man will, dann kann man auch... auch sauber halten. Ist das gerade mit Absicht zu Christ? Ich glaub, ich sollte mal wieder, ähm... nehmen, oder? Ich glaub, das ist jetzt ein Stresslevel, kann das sein? Oh ja, das war jetzt ein Belastungslevel wahrscheinlich. Das war schon wieder zu hoch. Okay. Ähm, ach man, ich bin grad mit dieser Maus noch nicht zufrieden. Die müsste ich nochmal ein bissl... Was? Hi! Okay, dankeschön. Oh, ist ja putzig. Oh, bist du putzig? Kannst du mal weitergehen? Dankeschön. Okay. Oh man, voll süß. 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 Die Unbepflegung, ich hab noch nix davon gehört, aber... Oh man, voll süß. Die Unbepflegung, okay, ich hab noch nix davon gehört, aber... Sieín sein. Oh man, voll süß, ich weiß. Oh man, voll süß. Oh man, voll süß. Oh man, voll süß! Oh wie ey? Ist es wirklich? Ist es eine Neural-Konnexion mit dem Web wert, wertvollen Sie Ihre Humanität? Ist ein Körper, zusammen mit Schrauben und Wörtern wirklich wertvolle der Corrupted-Soul? Einige sagen würden, dass es einen Vorteil gibt. Natürlich. Ich weiß, dass unsere Leben langsamer und weniger... ...komfortabel. Aber es ist ein Preis, die wir bereitstellen, um die Pürität unserer Gottes-Given-Bodies zu erleben. Ich bin nicht so großartig, ich bin kein großer Fan von Implanten. Aber ich konnte es nicht tun, was ich tun habe ohne sie. Ja, du verbringst sie in dir. Es war nicht wirklich ein Wahl. Du weißt? Oh, aber sicherlich war es. Der Welt wäre ein besseres Ort, wenn mehr Menschen das verstehen würden. Ich habe überhebliche Stimme zu. Ähm... Ja, toll. Okay, also es sind Leute, die diese ganze Implantate und so ablehnen und so. Und halt die Unbefleckten so ganz menschlich geblieben sind. Und der ist halt grad so, ähm... Ja, du bist ja auch dran schuld, wenn du solche Sachen benutzt. Ich verstehe nicht. Warum kann man nicht mal jemanden treffen, der vielleicht tolerant ist? Weil jetzt er sagt, ich bin da nicht für, aber mein Gott, dann machen sie es halt. Okay, aber wir wollen mal sein Vertrauen gewinnen. Ja, ich glaube, du bist richtig. Vielleicht sind wir das, was wir machen uns selbst. Ich wünsche nicht, dass ich ausgerufen habe, aber unsere Kirche hat eine Unterstützung für ... 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 Kannst du ein Gespräch stellen? Das klingt wie eine Hütte und halb. Danke, dass du mich besitzt hast. Ja, naja. Wenn du über den Namen übernimmst, findest du da viel Kompassion und Verständnis. Es ist halt dieses Thema, was ist natürlich... Es ist natürlich nicht natürlich an sich rumzubasseln. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen wollen würde. Nur wegen besserer Gesundheit oder so. Aber wenn man hier so sieht, das muss ja auch alles gewartet werden und so. Dass da dann auch so Krankheiten ausbrechen können. Also das ist ja nicht perfekt. Und ich weiß nicht, ob das dann so toll ist, wenn man dann sowieso wieder von so einer großen Firma abhängig ist. Aber es ist wie alles so, allen Leuten zu sagen, die sowas haben, automatisch schlechte Menschen abzustempeln. Das finde ich einfach ungerecht. Also es ist wie heute so ein bisschen. Wenn man mal das Beispiel, keine Ahnung, wenn man das Beispiel Technik nimmt. Wenn es dann wirklich Leute gibt, die sagen, ich lebe nicht mit... Ich kann ohne diese Technik leben. Ich kann ohne ein Smartphone leben. Und alle Leute, die das benutzen, sind sowieso doof. Ich mag sowas als dieses... Alles, was die anderen machen, nicht machen, was ich aber gut finde und mache, das ist doof. Und naja. Gut, dann frag mal nach der verdächtigen Aktivität. Habt ihr noch etwas, was hier passiert? Außerhalb von der normalen, du meinst? Die normalen? Well, du weißt, dieses Ort ist nicht genau ein Beacon der Moralität. Still, wir müssen nicht beurteilen. Die meisten Leute, die sind einfach nicht beurteilen. Okay, wenn du so sagst, Mr. Karski. Gott sei Dank, Officer Lazarski. Okay. Okay, der hat auch ein bisschen eine Klatsche. Meine Güte. Okay. Dann gucken wir mal in Richtung... Hier noch. 105 bis 110. Da waren wir gerade genau. Dann gucken wir da noch hin. Hups. Ich finde auch cool mit dem Schatten und allem. Ah, ich liebe, dieses Spiel ist so geil gemacht. Was? Was war das jetzt gerade? Irgendwas stimmt hier nicht. Und hier oben sind so viele daheim. Unten war fast niemand. Und hier sind so viele daheim. Ich bin überrascht. Wow! Okay. Das ist gruselig. Okay, niemand da. So langsam wird es dann doch viel an Gesprächen, auch wenn sie interessant sind, aber es wird viel an Gesprächen. 112. Nee, auch niemand da. Gut, gut. Ähm... Wir gucken mal da nochmal rein. Oh. Oh man. Okay. Kleines Mädchen also. Wie heißt sie denn? Wir fragen mal. Äh. Äh. Wie heißt sie denn? Paulina. Und du bist Dan. Das ist richtig. Wie alt bist du, Paulina? 34. 9, du schluss. Okay. Wie ist die Möse? 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 Na, nicht wirklich. Ich bin mit Fieta. Wie ist die kleine Freundin? Nein. Sie ist meine Freundin. Wie ist die Möse? Ich bin in der Schule. Nein. Sie ist eine spezielle Freundin. Nur ich kann sie sehen. Ah, das Kind von Freundin. Ich hatte einen Freund in der Zeit, wenn ich sie war. Ich hab ihn Tom. Wie ist die Möse? Wie ist die Möse? Wie ist die Möse? Ich bin Angst. Die Möse warst. Es warst. Es warst nur die Möse. Es warst nur die Möse. Ähm. Ähm. Die Möse ist nicht gut. Nein! Was ist passiert. Ich fühle mich... ...weir. Paulina. Stopp it! I can't! I can't! It won't let me out! What's going on in there? 1074. 1074. Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Durchsuche die andere Wohnung. Das Mädchen von 113 ist irgendwie eigenartig. 1074 könnte der Code für eine andere Wohnung sein. Aber für welche? Meine forensische Sicht könnte mir hier von Nutzen sein. Also ich würde jetzt aber erstmal versuchen da reinzukommen. Also wenn da so ein kleines Mädchen auf einmal solche Sachen sagt. Das würde mir echt zu denken geben als Polizist. Die forensische Sicht war... ...die da? Oder die? Welche war die forensische Sicht? Ich glaub die hier. Ach der ist wahrscheinlich. 1074. Let's give it a shot. Okay. Was war mit der Kleinen da? Also ich würde da echt versuchen reinzukommen. Das... ...gibt mir grad zu denken.